Das Naturkundemuseum Leipzig beherbergt in seinen Sammlungen etwa eine halbe Million Objekte aus den wissenschaftlichen Bereichen der Botanik, der Archäologie, der Geologie und der Zoologie. Doch nur ein verschwindend kleiner Teil der Sammlung wird auch tatsächlich ausgestellt. Einen besonders spannenden Einblick in die Entstehungsgeschichte des Museums gibt das wissenschaftsgeschichtliche Archiv. Dieses beherbergt 44 Direktorentagebücher, die von 1909 bis 1946 geführt wurden. Darin schreiben die Direktoren des Hauses alles auf, was mit dem Museum und seiner Entwicklung geschah und berichteten zudem auch über Themen, die gesellschaftlich in Leipzig und Sachsen bewegt haben. Als erstes wurden die Bücher, die den Zeitraum des Nationalsozialismus umreißen, gescannt und transkribiert. Die Scans der Jahre 1932 bis 1946 sowie eine 549 Seiten umfassende Transkription stehen auf der Internetseite des Naturkundemuseums als PDF zur Verfügung.